Guten Morgen ihr Lieben. Heute gehts los mit Cardioeinheit 1 von 3. Wir bewegen uns immer ein bisschen, ziehen sich die Woche durch. Also heute, Donnerstag und Samstag, tun wir ein bisschen was für das Erzkreislaufsystem. Okay, da hinten steht das Erzkreislaufsystem. Wir fangen natürlich an. Hampelmänner. Für die Damen, Kinder, Senioren und Einsteiger 30 Stück. Immer schön oben und unten zusammen. Bleibt hier am Nacken locker. Die Fortgestimmten machen 50 und unsere Supermonster machen 100. Und wenn ihr das voll habt, geht ihr an die Kniebeuge, zeigst von der Seite, ungefähr rechter Winkel, ihr versucht hier schön aufrechtzuerhalten und legt rechterlich ab und haltet das so, ich sag mal zwischen 30 und 60 Sekunden, das müsst ihr auch jeder Athleten gerade entscheiden. Und wenn ihr das habt, 1-2 Minuten ausschütteln und dann guckt ihr mal 5-10 Runden. Viel Spaß, bis gleich.